Moin Moin, hier ist wie wieder, euer Robin für euch. Ich befinde mich aktuell hier in Stadtlon bei meiner Mutter auf Besuch. Heute Abend gibt es ein kleines Spurwipps, Essen mit meiner Mutter. So sieht es nämlich aus. Wetter ist gut. Ich bin mal eine kleine Runde spazieren gegangen, da meine Mutter gerade eine Runde skypen möchte. Da habe ich sie mal ein bisschen alleine gelassen, da sie noch ein bisschen was erledigen muss. Ich bin jetzt hier auf dem Fahrradweg in Richtung Frieden oder Lechten, ich weiß es gerade nicht. Ich müsste schauen. Auf jeden Fall in Richtung des Flughafens, des kleinen Privatflughafens. Und ich genieße einfach mal das Wetter hier in Stadtlon. Wird ja jetzt auch immer winterlicher. In den Bergen liegt schon der erste Schnee oder schon sehr viel Schnee. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache mal ein kleines YouTube Video, um ein bisschen Spaß zu haben. Oder eher gesagt, ein bisschen frische Luft zu tanken. Weil frische Luft ist schon gut. Und bevor es dann gleich zu essen gibt, man sagt ja, nach dem Essen soll es ruhen oder tausend Schritte tun. Ich laufe meine Schritte jetzt schon vorher. Weil das ist schon richtig schön. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, morgen ist Sonntag. 1,5.000 Aufrufe vor meiner 1 Million Aufrufe auf meinem YouTube Kanal, auf alle meine Videos. Was ich sehr gut finde. So jetzt sehe ich auch das Schild. Das ist natürlich der Flugplatz Frieden. Da gibt es einen kleinen schönen Flughafen. Ja, so sieht es nämlich aus. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Lasst ein Like da für den Algorithmus. Ja, und so weiter und so fort. Ich bin jetzt hier gleich am Kreisverkehr mit dem Aldi. Hier in der Ecke ist Thomas Philips. Und so weiter und so fort. Ja, so sieht es nämlich aus. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich drele mich jetzt mal um. Zurück geht es wieder. Ich habe jetzt auch schon wieder ein dreiminütiges Video. Ich habe jetzt ein Video gemacht für euch. Jetzt. Wir wollen Schützchen festfeiern. Wir wollen Schützchen festfeiern. Jedes Jahr der Tage lang Schützchen festfeiern. Na 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 Ich würde sagen, ciao mit Frau Robin. Tschüss.